Hallo und guten Tag, mein Name ist Martin Dreher und ich möchte Ihnen heute wieder etwas Neues aus dem DFDA-Technologiezentrum oder der DFDA-Akademie für den Verpackungsdruck bringen. Kommen wir zum ersten Hauptdruckverfahren, dem Hochdruck. Wir sehen den hier in der Grafik ganz oben stehen. Das hat mehr so historische Gründe, nicht irgendwie sonstige Präferenzen. Und wir sehen auch, dass der sich gleich mal unterscheiden lässt in Buchdruck, Letterset und Flexodruck. Schauen wir uns das mal ein bisschen näher an. Die Hochdruckverfahren, da steckt schon drin. Ach, das sind mehrere. Und deswegen, man kann jetzt hier schon mal konstatieren, Hochdruck ist ein Hauptdruckverfahren. Und das ist ein Fachbegriff dafür, dass es ein Oberbegriff ist, dass es da also eine Untermenge gibt davon oder mehrere in dem Fall, die das dann tatsächlich ausüben, dieses Prinzip des Hochdrucks. Und das ist ein Gleiche. Und das ist ein bisschen weiter, dass es ein Schiff vor Ort ist und die Hölle haben. Ich bin sehr, sehr sicher. Und ich bin sehr, sehr sicher. Und das ist ein bisschen weiter.